Guten Morgen, mittlerweile zu Tag 3 unserer Urlaubstour. An der Burgenstraße, gestern, wie gesagt, wir waren auf unserer Wanderung, danach habe ich nicht mehr viel gefilmt, ich war irgendwie platt und lustlos, was das angeht. Dafür habe ich sehr gut geschlafen, muss ich sogar sagen. Ein ruhiger Stellplatz, da, heute ist Montag, um morgens geht es los, die arbeitende Volk ist natürlich da unterwegs, nicht im Industriegebiet, aber es ist alles erträglich, das habe ich schon schlimmer erlebt. Jetzt sind wir weiter unterwegs auf der Burgenstraße in Richtung Heilbronn jetzt erstmal, Heilbronn durch Gewederen wir dann. Wir fahren weiter nach Waldenburg, das ist unser nächstes Ziel. Dort fahren wir an den Campingplatz am Neumühlsee, werden wir dort die Nacht verbringen bis morgen. Plan für heute sieht es so aus, wir fahren dorthin, kommen an, stellen uns auf, laufen vor bis Waldenburg, wieder zurück, eine kleine Tour mit 10 Kilometern, das hat die Verena gestern schon wieder am Laptop ausgearbeitet, die Tour, wollen uns die Burg anschauen, also eigentlich gar kein großes Act machen. das Wetter passt, so wie es aussieht, die Sonne kommt raus und kommt einfach mit und schaut mal, was uns da so bringt. so wie es aussieht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was haben wir jetzt gerade gemacht? Aufgefüllte Vorräte. Einkaufen machen wir jetzt gerade. Genau, mal so ein paar wichtige Sachen gekauft noch, was wir noch so, was jetzt ausgeht demnächst. Bis zum nächsten Mal. 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 Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Waldenburg. Sind von hier aus jetzt fünf, drei Kilometer. Also laut dem Ding da vorne, Schild da vorne waren gerade drei Kilometer. Wir folgen dem Weg Nummer fünf. Wir folgen dem Weg Nummer fünf. Schauen wir mal, wie viel das wirklich ist, bis wir vorne am Bergfried sind. zwischen drei Kilometer. Und ihr seid dabei. Okay, es geht diesen Weg. Es geht diesen Weg. bis zum nächsten Mal. 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 Jetzt kommen wir rein. Jetzt kommen wir rein. Der Weg kann sich's durchlesen. Jetzt gehen wir noch runter auf die Bastei. Das ist hier. Vorgelegt quasi. Da wartet auch schon die Verena. Schildbogenstraße. Jetzt schauen wir uns mal die Aussicht hier auf der anderen Seite an. Das sind jetzt einmal die Türme hier. Die Wehrtürme. Siehst du da vorne stand. Und dann schaut mal diese Aussicht. Vom Schloss Waldenburg sagt man auch nicht umsonst, das ist der Balkon zur Hohenloher Ebene. Weil man hat eigentlich diesen Rundumblick vom Schloss aus. Bei uns ist es jetzt nicht möglich, da das Schloss privat ist und wir da nicht reinkommen. Leider Gottes. Und hier, das muss ich euch jetzt zeigen, ist jetzt die Bogenstraße mal abgebildet. Gestartet wird in Mannheim. Geht's über Heidelberg, Hirschhorn, Eberbach, Sinsheim, Waldenburg, wo wir jetzt sind, Schwäbisch Hall, Rothenburg, Ansbach, Nürnberg und dann hoch bis Bayreuth. Wie gesagt, 770 Kilometer, sagen die hier sogar. Wir sind aber ein paar Kilometer weniger gefahren. Wir haben nicht in Mannheim angefangen, wir haben in Hirschhorn angefangen. Und wir haben das Sinsheim ausgelassen, das Stück. Und wir machen es also ein bisschen nach unserer eigenen Art. Aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Nochmal der Ausblick. Für alle Waldenburgbesucher. Lohnt sich's? Also bis auf die Aussicht eigentlich nicht wirklich. Außer man möchte vielleicht was zum Essen gehen oder in einen Kaffee reinhocken oder was. Aber die haben ja gar nichts. Die haben ja gar nichts. Die haben ja gar nichts. Waldenburg. Das hat mich enttäuscht. Das Beste von der Burg ist ja auch noch ein Privatbesitz, da kommst du eh nicht hin. So kommst du eh nicht nach. Wobei? Jaja, wir haben es gar nicht probiert. Nachdem wir das Schild sehen. Egal. Privat ist privat. Privat ist privat. So ist's. Also wir sind auf jeden Fall jetzt schon wieder auf dem Weg zum Neumühlsee. Wir haben Waldenburg, das ist da oben, haben wir verlassen. Wir laufen jetzt den Wald rein. Richtung Neumühlsee. Wo wir uns dann beim Theo heute gut gehen lassen werden. Ohne Internet. Ja. Es gibt nämlich kein Internet. Weder Telekom noch O2. Egal. Aber wir haben genügend dabei. Uns wird's nicht langweilig. Wir freuen uns erstmal auf den Theo. Dann wird ein bisschen gechillt noch. Der Hund will auch chillen. Seht ihr's? Duschen gehen wir dann gemütlich. Dann hoffen wir, dass wir ruhige Nacht hin. Aber jetzt kommt erst mal auf dem Weg hier mit. Durch den Wald. Zum Neumühlsee. Ich glaube man darf hier sogar baden. Hier gibt's auch Erholungsstrände. Oder einen Badestrand und sowas. Aber Verena und ich sind uns einig. Da wollen wir nicht ein eigenes Wasser. Da wollen wir nicht spielen, gell? Neu hat sich gesagt. Neu. Also. Wir sind jetzt am Campingplatz wieder. Und jetzt geht's ab zum Theo. Wieder zurück beim Theo. Das Ende. Die ist jetzt mal hier. Und so. Hat ein Arbeitskolleg für mich gemacht. Da kann der Hund nicht mehr rüber. Super Sache. Was man noch mitmachen kann, das können wir euch heute Abend zeigen. So. Aber wir. Entlüften. Entlüften. Und duschen. Und duschen. Genau. Und das ist für Schuhe ausziehen. Ganz wichtig. Was essen wir denn heute Verena? Onkel Benz Curry. Mit frischen Lauch, Zwiebeln, frischer Paprika. Hühnchenfleisch. Und Reis. Und alles selber gekauft. Ja. Ja. Genau. So. Und ich zeig euch jetzt mal kurz, wie wir hier unsere Barriere für den Hund, wie wir die noch nutzen können. So, haben wir kurz umgebaut. Das ist jetzt die Holzleiste, wie sie gerade gestanden ist. Jetzt kann man die, die ist genauso breit, seht ihr wie hier, wie die Tür ist. Und jetzt haben wir hier einfach das drüber gelegt. Jetzt machen wir den Dinger vor. Den Muckenschutz. Und jetzt kann der Hund quasi bis zu dem Muckenschutz vorlaufen. Über die Treppe drüber. Und hat jetzt quasi sowas wie ein Balkon. Wenn wir jetzt draußen sitzen. Und er geht uns auf den Nerv. Dann kann der quasi hier an dem Muckenschutz, dann kann er bis vor und kann sich da hinlegen oder hinstellen oder was auch immer machen will, kann er da machen. Das haben wir uns so überlegt. Wir finden, das ist eine gute Idee. Auf der einen Seite kannst du das hochstellen, das Teil. Auf der anderen Seite kannst du es hinlegen. Der Hund ist auf jeden Fall immer geschützt und kann nicht rausfliegen. Weil genau das war nämlich die Intervention, dass wir uns da was überlegt haben. Wir hatten zwar sowas schon in kleiner, also nicht so hoch. Und da ist uns jetzt die Chelsea einmal drüber gesprungen. Und quasi mit dem Kopf voraus. Und lag draußen. War schlecht für alle Beteiligten. Ich war nämlich... Passiert ist natürlich nichts. Nein, passiert ist natürlich nichts. Was heißt natürlich? Zu Glück nichts. Scheiße wärs für alle Beteiligten. Ich saß nämlich drin. Verena war draußen. Verena sieht den Hund quasi kopfüber rausspringen. Ich war der Arsch. Ist doch klar, weil ich nicht aufgepasst habe. Und ja, schlechte Stimmung halt. Aber wir haben jetzt eine Lösung. Und diese Lösung, die hilft jetzt wirklich. Also der Hund kann gar nicht mehr drüber gucken über das Holz. Und ist echt safe, weil er kriegt gar nicht mehr den Impuls, dass er jetzt drüber springen könnte. Und für uns somit die beste Lösung. Ja, für uns ein bisschen umständlich. Wir müssen halt das Bein jetzt extrem lupfen, um rüber zu steigen. Aber es geht. Also wenn du hier drauf bist und dann hier rüber steigst. Es geht. Es ist nur Gewöhnungssache. Überhaupt gar kein Problem. Perfekt für uns. Perfekt. So, jetzt warte ich bis das Essen fertig ist, weil ich habe echt Kohldampf. Ohne Witz. Ich glaube es ist noch lang, Verena. Eine Kurve noch. Eine Kurve noch, okay. Eine Kurve. Jetzt sieht man eine praktische. Jetzt hat sie noch mal den Platz über der Treppe quasi. Und kann rausschauen. Ist live dabei bei allem. Wunderprächtig. Bei der Arbeit. Bei der Arbeit, genau. Verena ist jetzt gerade hier am, für die Tour für morgen am Aussuchen. Bei Outdoor Active macht sie das. Und lädt das jetzt gerade auf unseren Garmin drauf. Dass wir dann einfach morgen schon mal die Tour drauf haben. Das heißt, wir fahren hier los. Und fahren nach Kirchberg zum Stellplatz. Machen dort alles fertig. Machen uns wanderbereit. Und laufen dann nach dem Track, der da ausgearbeitet wurde von der Verena. Nicht von mir. Vom Schwäbischen Alpverein in dem Fall. Also es ist ein offizieller Wanderweg. Das ist sogar vom Schwäbischen Alpverein. Wird ja immer besser. Und Rezession war eine da. Die hat gemeint, die sei gar nicht so schlecht. Von daher nicht schlecht. So. Und ich für meinen Teil habe das Internet zum Laufen gebracht. Sonst hätten wir das jetzt hier gar nicht machen können übrigens. Ich habe durch unsere Zusatzantenne, was ich hier habe, doch ein Netz mit null Balken hinkriegt. Aber 4G ist 4G. Und es funktioniert komischerweise. Und wir sind ganz froh darüber. Und jetzt nach der Arbeit kommt dann das Vergnügen. Da schauen wir noch ein bisschen YouTube. Und dann, wenn mein Bier leer ist. Hier. Dann geht es ins Bett. Das hätte ich sagen. In diesem Sinne. Wahrscheinlich filme ich heute Abend nichts mehr. Hier. Und dann sehen wir uns morgen früh. Gute Nacht. Nachti. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt nicht lieber. Ich bin jetzt hier. Ich bin hier für die Nachdengegegge. Und ich bin hier für die Nachdengeggegge. Vielen Dank.